Du, Eddy, es gibt Zuschauer, die bewerten das Video nicht. Hä? Das ist nicht dein Ernst? Hä? Was soll das? Aufs Maul! Das kann doch nicht so schwer sein. Daumen hoch oder Daumen runter. Hä? Also, ihr Pflaumen, hoch den Daumen oder runter. Und wenn nicht, dann... dann klatscht es. Uli, die kommen schon, keine Sorge. Oh Gott! Da habe ich jetzt verkackt. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Moin Moin! und willkommen zurück bei der Staffel 28, mit der Folge 25, mit Energetix und dem Warzenschwein. Hallo. Hey, dauert hier, ey. Genau, tut das mal raus, das Bötchen. Ja, wir wollen jetzt nochmal auf die Eurig. In der Hoffnung, dass das jetzt vielleicht klappt. Yeah. Let's go. Töne sind ja zu, irgendwie, ne? Alle sehen, wie es hier und so weiter. Ja, kommt nicht aus, bis die Töne zu sind. Oh, spritzig, spritzig. Mal gucken, ob's klappt, diesmal. Die Kiste ist aber da, oder? Ja. Ich sag's dir, wir kommen an und jemand macht die Heavies. Warum fährst du denn so einen riesen Bogen? Äh, ich hab ein bisschen Angst vor das Festland. In Ernst? Nein, einfach nur aus Versehen. Jetzt geht's mit so. Ja, wir wollten Rücksicht nehmen, damit du nicht mit der L96 gefündigt wirst, Rudi, weil du bist ja immer derjenige, der da... Hat fertig gekündigt mit der L96? Gefinished. Also, ist dasselbe, ich bin nicht gekündigt. Ja, ein Headshot, wir sind alle tot. Also mit der L96. Nee. Doch, wir haben 30% gegen den Ganzen. Da hinter uns kommt ein Erdrocksen. Was hast du für eine Ränderdistanz? Du hast dich auf maximal gestellt, die Sichtweite. Nee, gerade nicht. Wie viel FPS hast du gerade? Ich hab's runtergemacht auf 60, mehr als 60 Kilo. Was muss man nochmal drücken, um das zu sehen? Äh, F8. F8? Ja, F8. Oh, Leute. Okay. 119. Ja, und was heißen diese Farben da? Farben? Ja, wenn du F8 drückst, sind da unter den Sachen so Farben. Achso, ja, ich kann's nicht genau wiedergeben. Hat irgendwas alles zu tun mit wie viel Speicher man da freierst. Achso. Ja, aber ich hab das von Steam eingestellt, dass ich oben rechts immer die FPS sehe. Hm. Das kann man auch bei Steam einstellen. Hm. Oder bei GeForce Experience, wenn du was hast. Um links, rücken rechts, egal wo hoch. Nur in der Mitte vom Bildschirm geht nicht. Ich hab immer so wenig in den Bildschirm wie möglich. Da hat er geworfen. Ja, aber diese FPS-Anzei ist echt klein, die siehst du irgendwie nicht. Ja, aber ich weiß, wie ich mal so schwer wütend bin, ey. Du musst demnächst eher ins Bett gehen, ne? Ah, ich geh mal hier auch ins Bett, ne? Doch, schön, dann machen wir den Ausstieg. Du kannst doch dann ins Bett gehen, wenn du die Base geputzt hast. Hm. Und aufgeräumt. Mhm. Und die Sachen vorbereitet und gecraftet. Mhm, genau. Mhm. Oh, die macht das schon. Die morgen arbeiten nicht. Ich mach das nicht mehr, Alter. Wenn ich arbeiten bin, auch bis früh um 1 Uhr im Rast sitzen. Ist nicht. Hab doch nur... Warum, ey? Ich meine, du fährst doch nur Laster. Nur Laster? Kannst du dir mal gerne mal sagen, wenn du denn vorhin hier auf der Straße stehst, lieber müde bin. Guck mal, meine Korte, ein Elkawatsch. Ja, ja. Aber dann gehen die alle deine kostbaren Pakete kaputt. Ich fahr keine Pakete, ich fahr Paletten. Und was ist drauf mit den Paletten? Oh, alles mögliche. Paffe, scheiß das Papier. Äh, Rasenmäher, Möbel. Twike hab ich schon gehabt. Was? Twike. Was ist das? Dreirands. Ach so. Oh, aber elektrisches war das, das war für Rentner. Hat ein Opa bekommen, der hat sich gefreut, da musste ich an Energetics denken. Oh Gott. Ich hab auch gesagt, siehre mich an einem Kumpel, an Energetics. Hat der auch sowas... So, ja, der brauchst du mal bald. Hat gesagt, es ist immer noch zocken miteinander. Und dann fragt er, wie alt ist er denn? Und ich so um die 80. Oh, das ist der Kohl. Das ist echt cool. Er wollte bestimmt cool sagen, aber er hat so komisch Kohl gesagt. Ja, äh, Udi, jetzt guck mal hier vor uns, bevor du wieder Dings hast, einen Vorstand drauf. Vor allem, was sind da Leute mit erlernt. Ja, da sitzt aber leider so ein Falten-Sack vor mir. Kann ich dir einmal X drücken. Nee, brauchst du nicht, alles gut. Ja doch, Udi, jetzt einmal X drücken. Ich kann nicht X drücken, X ist bei mir das andere. Dann setz dich um. Geht nicht, dann fahr dich raus. Was ist denn bei dir X, Alter? Du hast schießen auf X oder so? Oder ducken? Hm, X habe ich, keine Ahnung. Perfekt. Hauptsache, er hat irgendwas anderes gemeintet, aber was genau? Ach, scheißegal. Genau. So ein Kekweh, ey. Ey, Udi, guck mal, ich drücke jetzt X, ne? Oh, alter, geil. Also ich sehe weder, weder Boot. Ja, achte auf die blauen Männchen oder auf die nicht blauen Männchen. Also ich sehe da oben. Oh, dieser E-F-Jaja, war nicht dieser E-F-Jaja einer von den gut ausgerüsteten Leuten? Äh. Und? Ich sehe da die ganzen Typen rumsitzen, also scheint kein Rob zu sein. Ich bin mit dem Scientist rechts oben. Äh. Dann halte ich jetzt hier an. Kann jetzt sein, dass die Typen heute Morgen gekommen sind, weil, weil sie wussten, dass wir, ähm, das gerade machen? So. Ja, ich treffe auch nicht. Ja, aber sagen wir, ich komme wieder rein. Headshot, Headshot, naja, gut, jetzt geht's wieder. Erstmal waren die Böden, ey. Oh nein, nachladen. Ich habe da so schön Kopfhörer gewesen. Der untere ist tot. Hat zwei Headshots kassiert. Ich will clear noch ein bisschen Level 2 und dann. Junge, ich treffe ja gerade gar nix. Er hat fünf Hits, wie lebt er noch? Setze ich daran, dass sie immer daneben landen. Hm, so wie der, ne? Ich habe mich gekillt, ich habe einen Hit... Ich habe einen Headshot gegeben. Ja, ja, kann ja sein. Los, ran da jetzt. Alles ran, nein. Ach, der Eingelang. Warte. Ich warte doch. Jo. Jetzt haben wir se... Oh, ist doch ein Boot. Hä? Ja, so viel dazu, ne? Oh, das ist ein Geberdich, nice. Niemals auf Boden verlassen. Aber dann hätten die doch schon mal... Wie gesagt, immer mit der Semiducken am Schießen. Ich gucke mal, ob hier Lookrate unter so ein Boot... Nö. Vorne ist auch ein X-Tron. Mann, im Alter war ich gerade schlecht. Mann, Mann. Mann. Ich habe noch einen gelockt bekommen. Ist gut, ich habe noch einen lockt. Ach, der doch auf Boote und sowas. Jetzt kommt er. Ja. Da kommt er. Nee, er geht wieder. Jetzt kommt ein anderer. Boah, das sind eine Menge auf dem Level. Vier, fünf Stück mindestens. Jetzt. Junge. Ich hoffe, die nächsten. Jetzt ritt er wieder zurück. Der kommt gleich. Hm. Komm. Warn, komm. Timeless. Links von Yodi. Warn, die. Warn, die war das nochmal eben. Weiter down. Oh, Muni, endlich. Ich habe nicht so viel mitgenommen. Guck mal, hier sind bestimmt noch welche auf dem Level. Oh, einer ist tot. So, dann machen wir die grüne auf, dann oben gleich. Hm. Habe die Forscher schon gelootet? Hm. Hier. Ich gehe hier. Leid in die grüne. Ich. Hat einer von nicht Durst? Habe nicht Wasserflaschen gefunden. Mö. Wow. Wolver. Oh, echt? Ja. Nice. Kannst du rausnehmen, wenn du willst. Ich halte lieber ausschauen, ob der... ...MVC runterkommt. Ich habe halt so ein Pistol, Muni. Wir hatten jetzt den mitgenommen. Du, Henni. Ich habe eine Wolver. Oh, hier, da kriegst du die Muni. Hm? Lol, der hat Headshot und zwei Hitze. Gucken wir mal eben, ob einer kommt auf dem Wasser. Gut. Kommt noch einer. Oder? Ne. Ich glaube, den nächsten. Ach. Wasser sieht sauber aus. Hä? Es sind noch ein paar. Nee, die Plattform. Aua. Wo denn? Tot. Oh, auf der Plattform ist es auch tot. Da ist noch einer. Ich habe noch einen gesehen. Wo denn? Auf der Plattform? Ach nee, das ist was du, Alter. Ich habe bloß den Fuß gesehen. Ich dachte so, hm. Auf dem Nili-Pad waren zwei. Nee, hier ist jemand gestorben. Spieler, oder was? Nein. Ich kann den aber nicht plündern. Guck mal hier. Bei mir ist hier ein Körper auf dem Nili-Pad. Hier. Ja, kein Zoffel. Ich glaube, ich kann den nicht looten. Admin vielleicht. Dann ist das... Es kann auch ein Scientist sein. Die sehen dann irgendwann so aus. Ja, aber ich meine, dann kann man ja wenigstens in der Rundamentar gucken. Ja. So, ich mache blauen Robben auch. Oh, nebenbei hier. Man sieht schon die Waffe. Durch, äh, durch die Wand. Ah, komm mal richtig krass. Warte, warte. Das Spacken, Alter. Voll verkackt, ey. Er wollte durch dich durchlaufen. Ich wusste, er hat mich rausgeschoben. Irgendwas macht hier Geräusche. Der Broadcaster macht Geräusche. Funktioniert ja jetzt schon. Sobald der blaue auf ist. Nee, ne? Kein Plan. So, jetzt mach die rote auf, da. Ja. Äh, ist da noch ein Forscher drin? Nee. Nee. Aktivieren. Nee, noch nicht. Warte mal. Halt mir gerade ein. Gehen wir auch noch rein. Stimmt, ich bin noch nass. Ich bin auch noch nass. Warte mal. So, wo gehen wir hin? Einer oben und zwei unten. Ich würde nach unten gehen. Ich würde Treppe gehen. Gut, gehen wir alle Treppe. Okay. Welche Treppe? Beim Kran oder so weiter? Doppeltreppe. Was ist denn Doppeltreppe? Naja, es gibt ja eine Treppe, wo wir direkt zwei sind. Ich bin auch noch nass. Bist du so weit? Ich bin immer noch 5%. Was ist das denn? Bin ich denn nass geworden? Okay, jetzt bin ich wieder. Soll ich aktivieren? Welche Treppe haben wir nun? Äh, die hier. Die. Welche? Ja, da wollen wir mal. Ja, dann los. Das ist nur Doppeltreppe. Ich hoffe, ihr habt alle Stoff. Nee. Ich hab ein paar Bandagen. Und Sprechen. Und spielen wir wieder der Letzte, der runtergeht, verliert? Ich spiele der, ich will nicht sterben. Also ihr könnt ja da bleiben, um die eben kurz zu baiten. Hm, genau. Ja was? Wir müssen ja auch baiten, dass die zu uns kommen, ja? Das machen wir, gehen wir einfach eben mal kurz Pickepoo machen, dann kommen sie schon alle. Na gut, wir müssen die natürlich auch so ein bisschen doll an uns kommen, die woanders runter. Fallen uns im Rücken. Aber das kriegen wir schon hin. Angeblich bekommen die ja keinen Schaden, ne? Naja, ich weiß mal nicht. Ging die nicht, Combat Lock. Äh, F2 war Combat Lock, ne? Nein, F1, sondern Combat Lock angeben. Die kriegen Schaden, die kriegen Schaden. Vorsicht, aus dem Weg, Odi, aus dem Weg. Ja, aber durch die Scheibe machen die keinen Schaden, wenn du da Hitmarker gibst. Und geduckt bleiben, please. Achte doch auf Verbote und sowas, ne? Hm. Odi, die kommen schon, keine Sorge. Oh Gott. Da hab ich jetzt verknackt. Oh, sie schießen auf mich. Holst du weg? Ja, ja. Sie schießen immer auf mich, als ob ich hier liege. Ja, warte, warte. Nein, das ist Odi-Level. Stehen alle bei mir? Ja, hab nicht. Alle, so Ablock. Sie schießen immer auf mich. Bitte, steh auf, Odi. Nein. Bist du tot? Ja. Er hat mich erschossen, als ich aufgestanden bin anscheinend. Oh, ist das ärgerlich. Fuck, na. Äh, ich hab gesagt, pass auf die Komme. Ja, ja, ist halt so. Mein Gott, Alter. Ich glaub, einer war noch auf Odi's Level, da. Ja, da ist noch einer. Alter, halb so wild. Dann holt mich halt immer ab, schnell. Ich komme zu euch rüber. Oder benutze das zweite Boot. Ich bin jetzt, ich bin jetzt bei euch gespawnt in deiner Nähe. Weil wir machen den eben weg, dann hole ich das ab. Ja, alles gut, mach ruhig. Aua, der hat nicht. Der hat 40 Schaden gemacht. Ich hör immer noch was. Ist das ein Bug oder ist das ein Scientist? Das ist ein Bug. Scientist. So, warte mal. Ich guck mal eben, wo du bist auf deinem Map. Warte. Ich wei von euch weg. Ich bin, äh... Hey, warte, ich hör hier noch Forscher. Oder irgendeiner rennt hier rum. Aber das ist bestimmt kein Bug. Äh, das ist nicht immer gleichzeitig. Ich hab sowas schon mal gehört. Ja, lass bitte einmal gucken, ja. Lass bitte einmal alle klären, weil einer hat bestimmt auch nie die Bid. Okay. Hast du Angst, denen zu bleiben, wegen diesen Dingern da? Ja, man hat gesehen, wie schnell die dich gerostet haben. Ja, ich bin ja auch in drei reingerannt. Warte, ich geh mal eben gucken. Warte mal. Ich seh keinen. Hm, das wird aber schwierig jetzt. Ähm. Hab ne Thompson gefunden. Warte, ich hol dich gleich ab. Also hier scheint keiner zu sein. Ach nee, quatsch. Auf ne, Liebherd? So, hier ist noch einer. Komm runter. Ja. Naja. Den einen noch, dann hol ich dich ab. Ja, alles gut. War das ja in der Form Hedipad? Ja, der kommt ab. Na. Ne, ich glaub nicht, auf dem Hedipad hab ich keinen gesehen. Nee, Liebherdung besteht nämlich meistens zu meiner. Kommt. Da. Oh, ich bin ja schon am abfrieren hier. Nee, warte mal, dann geh ich gleich mal ins Wasser und sterb. Oh, da kommt noch einer. War nur einer, ne? Einmal untertauchen? Mal gucken. Willst du mich verarschen, der läuft hinter mir her. Warum kommst du nicht hier runter? Ich komm in deine Richtung. Ich bin noch die zweite unten. Hat er auf dich geschossen? Ich bin jetzt auf deiner Etage. Ja. Hinter mir, hinter mir, Annie. Ja. Ja. Kommt nicht. Er kommt gleich. Warte, guck du in die Richtung, ich guck jetzt die hier. Ja, ich guck in die in die andere Richtung. Er ist bei mir. Down. Hast du mir einen Hit mitgegeben? Nein, ich hab auf den geschossen. Boah, ey, der macht so viel Schaden. Okay, das müsste es aber jetzt gewesen sein. Ja, lass durchzählen. Hier oben liegen zwei. Zwei Heavis. Drei, vier, fünf, sechs. Ich glaube, es sind nur sechs, oder? Ich glaube schon, ja. Kannst du mal eben die Semi nehmen und die an deinem Körper packen, bevor der verschwindet? Wo ist die Semi? Da, auf dem Boden. Direkt neben ihm. Hier. Ah, da. Ähm, Lowgrade? Äh, ja. Hier. Ach, ich spawne bei meinen Freunden. Komm jetzt. Bei deinen Freunden, was? Weil ich ein Boot geklaut habe. Ich habe HEs und einen Granatwerfer nebenbei, ne? Cool. Ich muss aufpassen, dass ich mich nicht selbst kille. Aber ich meine, falls ich mit Boot ankomme. Hast du... Irgendein Andy schwimmt, der ist mal ne Runde. So, bin unterwegs. So, wo steckst du denn? Ähm, da... Geh nochmal dahin, wo ich davor war. Da spawn ich gleich nochmal. Er war so bei L23 da. Ne, ich war bei M23. Naja, da fahr ich jetzt hin. Jetzt hört mal aus und gehen wir mal diesen HQ-Bunker angucken da. Boah, ich muss übel zwingen auf Solette, ey. So wieder? Ja. Ach, die Jugend kann auch nicht mehr ab. Hm. Oh, die Annie ist schon auf dem halben Weg da. Ja, ich spawne gleich. Kein Ding. Aber ich habe nur einen Timer gehabt. Ah, das ist ja auch wieder ehrlich, ne. Eigene selber schuld, ne. Ich bin neben kurz in den grünen Kartenrauben. Ich bin auf der Toilette. Mhm. Na, ich wüfte. So, Annie, du fährst vorbei an mir. Oh, nee, jetzt bin ich wieder nassen. Nein. Ich habe einen Hesmet für dich mit. Also bis 2%. Aber reicht. Elf grad Minus. Alter. Ach, da kommst du. Wenn du einen Hesmet hast, dann kann ich ja ruhig hier über die Schollen springen. Hier bin ich. Uhu. Hier. Warte. Ich packe eben den Hesmet da unten rein. Mach mal. Und eine Semi und ein bisschen Money, damit du was zum Verteidigen hast. Jawohl. Ach, so Spritzen könnte ich ja auch gleich noch geben. Mal setzen. Hm. Tja, da ist ein Storm hier mit Oli, Böen. Ja. Aber was ist interessant, die ballern dann auf den, der um den Boden liegt, ne? Das leckt natürlich dir ab, da konnte man dann in der Zeit wunderbar die Leute töten lassen. Ja, können wir immer so machen, ne? Dann legst du dich da hin und wir anderen machen dann den Rest. Gut, dass du das mal ausprobiert hast. Gut, dass du das mal ausprobiert hast. Dachluke, hoff ich. Dachluke, Steinwand und Vorräte. Das fehlt auch noch, stimmt. Ja, wir sind so minimalistisch bis jetzt dahergelaufen, da sind wir schon mit sowas zufrieden. Wir haben aber auch ein ruhiges Leben gehabt, durch das nicht zu fahren müssen, ne? Überleg mal, was wir in den Staffeln sonst immer los mussten fahren, im Offline zum Beispiel. Ja. Obwohl halt geht ja gar nicht, stimmt ja gar nicht. Wir hatten nochmal einige Leute behauptet, die Leute fahr mir für mich und ich komme dann bloß online. Und, naja, da war ja was. Du lässt ja mal fahren. Ja, genau. Ich lasse mal fahren. Und jetzt lasse ich gerade fahren. Gib mir mal wieder so ein Trottel. Jetzt hätten wir ja noch ein Boot mal mitnehmen können, oder? Mhm. Geil. Warum auch noch eins bauen, ja? Können wir nachher verkaufen, die Boote. Für 150. Rent a boat. Naja, wenn du sie vermietest, weiß ich nicht, ob du das dann nochmal wieder siehst. Dann schiebe ich sonst meinen Einsatzgruppe bei. Achso. Erst kommt derjenige, der mit denen rede. Bist du? Ja, wenn sie leider nicht dazu gewillt sind, ihre Schuld zu bezahlen, dann ficke ich dann klepperlos. Ein Schläger-Tropel, ja. Boah. Wum. So, jetzt schnell hin, das Zeug nehmen. Gucken, wie weit die Kiste ist. Ich bin wieder da. Das ist aber auch ärgerlich. Ich muss einmal ganz kurz was machen. Die roten Fässer brauchen wir nicht, wir haben genug Öl, ne? Mhm. Och. So. Uns sind schon full geht's rübergekommen. Mhm. Habt ihr noch HEs oder sowas? Oh, ich hab nur noch 19 Schuss. Für... ...seh mir? Ja. Ich hab noch was, wo bist du? Können die denn sohne weggehen? Also ein Magazin und 19 Schuss, ja. Ein Magazin und ja. Ich bin in der Mitte. Ich hab ja, wie gesagt, Thompson. So, jetzt... Ja, das reichte ich dir jetzt. Uli, du brauchst doch eh keine Pistol Money, ne? Hast du welche? Äh... Hier, 10x Brandt. Ich brauch Pistol Money, hier. Achso, auch noch normale. Hier ist die normale. Ja, du hast doch einen Revolver, behalte auch noch ein bisschen. Achso, Revolver? Äh, ich gibt ja... Ich mein noch, weil Spieler kommen, ne? Was zu schnabulieren habt ihr nicht, wa? Und? Äh, doch. Wir brauchen den Namen. Egal, irgendwas. Ich teile mit dir mal ne zwei Kürbisse. Wo bist du denn? In der Mitte. Ach, hier. Und ne Schokolade, das sollte dir auch helfen. Äh, und Odi weiß, was wir auch noch gefunden haben. Explo Money. Ehrlich? Ja, acht Stück. Uh, das ist geil. Ah, wir brauchen ne Dreier, scheinbar. Aber egal, das lernen wir erst mal. Ja. Äh, noch eine Minute 40 bei der Kiste. Ein Locker, ein Locker wär auch nett. Also, wie gesagt, ich hab'n Phyton, ne Semi, einen Thompson und Granatwerfer. Wieso bin ich wieder nass? Weiß ich nicht. Ich geh' oben an eine Lampe. An die Lampe, genau. Mach die Glühlampe an und werd' warm. Mein Gott, das ist... Hier ist noch eine grüne Karte, ich nehm' hier mal mit anstatt meiner. Ja, weil die ist noch voll. Mhm. Eine Minute, bis die Kiste fertig ist. Komm, jetzt erst mal so'n schönen Road sein, Jacke. Oder... Oder halt killed. Das wär's. Und ich hab' noch Platz. Oder ein Coffee Can. Coffee Can war auch ganz wichtig, halt. Halt mir nen Bullshoes aus. Hat irgendjemand das hier, was er stacken kann? Äh, ja. Äh, das kann ich noch... ...sonst nichts sehen. Oh, hab' ich auch nicht. Äh, hier, Odi, 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 Odi. Dein Charakter hat bestimmt Durst hier. Mh. Dein Charakter hat so förmlich ausgedrückt. Odi macht auf X. Ja, ja. Ich nehm' erst mal nichts raus, bis Odi alle den Zuschauern zeigen konnte. Mh. Ah, hast gesehen? Zack, Rinnemüll, Emma. Äh, sieben Sekunden noch. Okay, dann würde ich auch reingucken. Ja, komm her. Aber wie gesagt, ich nehm' nichts, Odi. Ich lass' meine Mutter Platz. Hm. Jaaaawohl. Ja, doch, ist gar nicht so schlecht. Mauer sind die Mauer. Ja. Die Jacke ist halt gut, ne? Die Rothan-Jacke. Das kann ich stacken. Äh. Die haben wir auch noch nicht. Die haben wir schon. Nee, haben wir noch nicht. Laserpack hier auf ne Waffe. Jetzt sind doch hier irgendwas hier einfach so zack rum und weg. Ja, das wird mir jetzt nach Hause. Also die Jacke, danke. Ach, voll. Weil du. Aber, ab nach Hause. Wie viel Schrott habt ihr hier? Gar nix. Hab alles abgegeben. Und du, Elnie? 15. Ich hab 15, ich brauche. Okay, wir haben ein paar Komponen. Ja, nehmen wir beide Bode? Ja, würde ich sagen. Aber wohin? Willst du noch eine dritte Garage bauen? Einfach mal mitnehmen, so. Ja. Erstmal hinstellen. Aber ich mach wahrscheinlich jetzt. Dann auch gleich. Äh, Enya hat das ganze Low Grade. Ich pack's dir vorne rein. Also ich fahre dann eben schnell. Ja, Odi braucht dann halt auch ein bisschen was, ne? Ja. Oder wir nehmen halt nur einen Bode, weil wir zwei haben. Weil das eine hat eh nur noch 147 AP. Ja, dann machen wir das. War erfolgreich, würde ich sagen. 5 HEs. Explo Money. Da haben wir gute Sachen bekommen. Ja. Da hängt nur zu schön. Hätten wir jetzt auch noch einen Koffiekern gefunden. Ach, was schon. Ja, wir haben die Folge. 30 Minuten. Na, dann machen wir mal Schluss. Denk mal, wir wären schon ausgekommen. Und wenn nicht, dann mach ich's nochmal rein. Wenn wir sterben sollten. Ansonsten sage ich jetzt auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Tschüss.